Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Alvi und ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft 4P. Heute spielen wir uns zusammen mit dem Drago, Leute. Ähm, ja, wieder Road to Lucky Titan und wir spielen heute mal ein Tmuda-Turnier. Ähm, das ist nicht das Community-Turnier, Leute, das habe ich jetzt mal auffallen lassen, da ihr am Samstag schon Lucky Titan startet. Ich will jetzt screenen, warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Doch, der hat... Screen. Ja, komm, lass kurz hin. Sind wir fertig? Danke. Kein Ding, Bro. Der Scheiß-Turnier dieser Branche, ne? Weißt du nicht? Ja, mein Gott. Okay, warte, hat der Go gefragt? Ja, okay, hat Go gefragt. Okay, dann, komm, go. Okay, mal gucken. Gibst du deine? Äh, ne, ich glaube, der hackt sogar. Der hackt? Also, er hat mir keinen Knockback gehabt. Gibt es bei Chapels? Nee, ich glaube nicht, oder? Hey, bei mir hat er schon einen Knockback eigentlich? Bei mir hat er gerade irgendwie keinen Knockback, aber es kann auch Bock gewesen zum Schluss. Loll, ich gewinne. Oh Gott. Komm, ich glaube, ich habe ihn... Wir steigen schon, ja. Alter. GG. Sehr schön. Okay, haben wir die erste Runde gewonnen, Drago. Ja, Leute, es ist nämlich gerade Freitag und wir sind etwas aufgeregt, da halt morgen, klar, logischerweise Samstag ist. Und für uns Lucky Titan startet, für euch ist es am 24. Das ist ein Mittwoch. Bin ich schon. Aber, ich weiß. Bist du low? Ja, ja. Ich komme, ich komme, ich komme. Gott. Aber der ist auch low. Nein, warte. Gott, ich bin aber auch etwas lower. Warte, ich kann nur weiterverlässern. Ich helfe dich, ich helfe dir. Remek, Remek. Okay, doch, der ist aber low. Ja. Chapel, du ruhig. Okay, nice. Du denkst irgendwie bei mir, ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich lege. Ja, Timor, ihr leckt aber gerade in generell. Okay. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der zweiten Runde. Bis gleich. So, Leute, und wir sind dann auch schon in der zweiten Runde. Okay, Calvin, alle, ist klar. Okay, auf ihn gehen wir denn. Wir müssen einen aussuchen, sonst geht das nicht. Aber geh auf Bauer, geh auf Bauer erstmal. Naja, das stimmt. Das Problem ist, ich kriege halt keinen von beiden. Ja, die gehen weiter auf dich. Warte mal, jeppel, 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 ruhig. Ich bin low, ich bin low, Alter. Ich bin so low schon. Geh auf Calvin, geh auf Calvin. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ne, ich wüsste Tourerx. Ne, ich bin tot, Alter. Du kannst nichts machen. Ne, er hat nicht. Oh, man. Okay, Leute. Oh, man. Ja, komm, lass probieren jetzt, Alter. Aber erst mit Bo, wir machen das auch mit Bo. Ihr müsst wissen, Tourerx wurde letzte Woche nämlich Zweiter beim Timole-Turnier. Und der ist ordentlich gut, Leute. Also der ist wirklich nicht schlecht. Okay, warte. Alter, aber Calvin gibt auch immer diese Ranges. Sie kotzen mich so an. Ich geh auf Tourerx, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ja, gut, ich bin low. Ja, ich konnte nicht mal jeppeln, Alter. Das ist so lächerlich. Ich kann nichts machen. Die haben so einen Ping, ne? Ja, ne, aber wir sollten trotzdem nicht raus sein, weil die nächste Runde, denke ich, gewinnen wir. Ja, weil... Ich weiß nicht. Falsch, du darfst, wegen dir was siehst. Ich weiß einfach, okay, das Spiel, das macht einfach keinen Spaß, weil die nur Ranges haben. Naja, intense. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ändertrücken, bis gleich euch. So, Leute, und wir sind in der dritten Quali-Phase. Die haben auch schon mit dem Bogen geschossen. Herr, steht da eine AFK, oder? Was ist mit dem? Ich geh mal. Okay, jetzt war mal wieder. Hä? Was ist denn? Achso, der will screen. Lol, sorry. Oh. Ups. Das tut mir leid, ich hab ihn noch so sehen eingegriffen. Sorry. Das macht du Wohne, Wohne. Das ist so ein Schuss. Scheiße. Ja, komm. Ich würde sagen, ich will ihn halt nicht angreifen, Alter. Komm. Schlag einfach. Ja, okay, er schlägt. Perfekt. Alter, das wird knapp sogar. Mein drei Herz und... Nicht schlecht. Wie mach ich's? Okay. So. So, mal schauen. Ja, der andere ist jetzt auch am Start. War der eigentlich FK getragen, oder? Hä? Ich glaub, der will auch screenen, oder? Ja, der will screenen. Eigentlich nie guckt, oder? Alter, wenn der mich jetzt bekommt, ne? Okay, er ist nicht mehr da. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hab ihn nicht getroffen. Machst du ihn? Ja, ja, ich mach ihn. GG. Okay, noch fünf Ferzen, wegen dem Jeppel. Okay, Leute, und er startet auch schon die fünfte Runde. Mal gucken, wir sind eigentlich relativ am Rasieren, außer gegen Kalbin und Turex, ne, Drago? Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, die sind halt festgekriegen, das Team. Ja, warte, ich helfe dir mit dem. Ja, der hat mich in der Demo gehörert. Ja, aber der sollte low sein. Ich will mir den kurz. Alter, schieß mit dem Bogen, schieß mit dem Bogen, der sollte low sein. Okay, na, ist GG. Sehr schön. Perfekt. So, direkt noch eine Runde gegen die. Ich Jeppel irgendwie zur Zeit irgendwie gar nicht, nur wenn ich wirklich, wirklich low bin. Ja, alles was wir haben für Titan, für. Ja, nee, für Titan, also wirklich kein Risiko eingehen, einfach Jeppeln, wenn wir auch fünf Herzen haben. Leute, es soll ja hier eine Übung sein, also wir müssen uns wirklich hier eigentlich so reinsteigern, als ob das wirklich schon so ein Titan-Kampf wäre. Und ich bin auf drei Herzen, deswegen Jeppel ich kurz. Okay, kommst du eigentlich klar? Ähm, ja. Okay, der ist dauernd. So, der Hammer hat. Irgendwelves auch los und rein. Ja, easy. Nee, Spaß, nicht easy. Sorry. Okay. Gut sagen, wir sehen uns in der fünften, oder? Fünften Runde. Ja, ich glaube schon. Okay, in der fünften Runde. Bis gleich. So, Leute, und da sind wir ja schon in der fünften Runde. Mal gucken. Machst du jetzt green, oder? Okay, er zeigt peace, ja, er will screenen. Loll! Achso! Alter! Bro! Ja, dann klatsch du den anderen währenddessen. Ich mach screen kurz. Oh Gott. Das ist nur so sauerwitzig. Ich kann mal die ganzen Screens machen, du klatschst die anderen. Ja, komm, 101. Ah ja, und wenn der dich angreift, wie er gesagt hat, kann ich ja nix machen. Bro, go. Bro, go. Ja, okay, er mach go. Ja, den mischt du an, ja. Geht's gut. Hat Jeppel schon gegessen, ich hab sogar noch einen. Das ist nice. Ich hab' ich halt's auch schon wieder. Ich hab' noch siebeneinhalb gehabt, genau da, wo ich ihn gekillt hab. Okay, nice. Wenn gleich geht, du hörst du doch. Naja, das werden wir wahrscheinlich verlieren, Leute. Aber wir geben ihm natürlich unser Bestes. Alter, was ist das? Hörst du das? Das war das TNT auf der Nebenmap. Kannstehen, kannstehen. Ich weiß nicht, ne, ich bin tot. Oh Mist, der andere kam nämlich noch. Also solltest du den haben eigentlich, denke ich. Oh, ne, er hat dich noch. Okay, jetzt wird's nochmal spannend, Leute. Aber ich denke mal, das sollten wir eigentlich klatschen. Ich glaub, Superhorse hat was drauf. Ich hab' noch nicht gegen ihn gekämpft. Okay, meiner hat auf jeden Fall schon mal gejappelt. Nicht nur, ne, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich bin tot, dann bin ich tot. Alter, lol. Hab' dir noch zu beherzen. Warte. Hast du Goldapplication? Ich hab' meinen Goldapplication. Ich hab' 8, lol. Ich bin jetzt genau wieder hier. Ja, der sollte down sein. Ja, der ist down, der ist down. GG, Leute, sehr schön. GG. Ich denke mal, wir kämpfen jetzt gleich gegen Turex und so. Oh, lol. Len geht Turex. Und Harit. Und steht 1-1 sogar bei denen. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim spannendsten Finale. So, leid, und da sind wir auch schon im Finale. Turex und Kalvin haben gegen Harit und Len gewonnen. Okay, so ist es nochmal... Sorry, sorry, sorry. Ja, alles gut, alles gut. Okay, warte, wollen wir hier oben bleiben, oder? Ich weiß nicht, das ist halt auch... Die Hand hat Lowgrounds oder nicht. Ey, Alter, die haben mir Ranges gegeben von unten. Ja, gut, jetzt... Jo, man. Gehen die beide auf dich? Trauer geweckt, ne? Ne, die gehen beide auf mich. Alter. Ich hab Turex richtig gut gegeben. Ja, ja, japple ruhig. Ich japple noch nicht. Ey, der im Turex ist so gut. Okay, nächst mal bitte K-Rod machen. Ja. Okay, die Dings ist, äh, Turex, hallo. Aber ich bin jetzt halbes Herz. Ich hab zwei Herzen. Ich japple aber kurz. Ich hab ein Herz gehabt. Ach, nee, Alter. Die Rot, die... Ich kann zu unten roten gehen. Noch eineinhalb Herzen, aber ich weiß, dass... Kalvin, Mann! 9,5-DG. Ach, Gott, komm schon. Einen müssen wir doch mal bekommen, Alter. Ich finde, die sind niemals so, so gut. Also, die haben schon was drauf, aber... Keine Ahnung. Ich glaube, das ist... Ja, Turi hat es übertreibt. Turex down, Turex down. Alter, das Ding ist, Kalvin ist halt immer da, ne? Ich hab Kalvin gerade so gegeben. Turex down, Turex down. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab' ich hab' gejagt. Es hat geliebt. Scheiße. Alter, den kannst du gehen. Ja, ich hab' ihn. Wiggy. Es hat so... Boah. Es hat so viel, ne? Ja, ja, ich hab's gesehen. Okay, komm, jetzt nochmal... Geh zurück. Drago, was machst du? Pass auf. Ich hab' noch ein bisschen... Bisschen... Alter, was... Was gibt der? Das ist so lächerlich. Er gibt mir einen Combo und ich bin auf drei Herzen. Keine Chance gegen Turex. Bist du da? Ich kann halt den da... Jetzt kommt, wenn ich jetzt komme, alles. Komm, schau' ich nicht weg, ne? Ja, ich kann... Ich hab' keine Chance, Alter. Drago, geh weg, geh weg. Ja, ich kann gar nichts machen. Ich hab' gejappelt. Ich kann nicht jappeln, ne? Warte. Oh, scheiße. Man kann die nicht weg, Rotemann. Was ist das? Ich geh auf Turex, Alter. Ja, ich hab' keine Chance, Alter, Mann. Ich... Das geht nicht. 13,5. Nee, das ist einfach Ranged. Ja, es war ein gutes Turnier. DJ auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lass doch bitte eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Vielleicht schaffen wir diesmal sogar die 45 Likes. Haben wir beim letzten Video auch geschafft. Würde mich extrem freuen, dass wir es nochmal schaffen. Und schaut auf jeden Fall beim Drago vorbei. Ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.